Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge MeinMafia und dabei ist wieder... ...der BobsRio. Also Jan ist dabei, ich habe Bagger im Boden. Ich auch, muss ein bisschen springen zur Seite und rechts und links. Jetzt geht's wieder. Oh man, da hat's gelaggt. Die Map kennen wir nicht, also... Was heißt die Map kennen wir nicht? Wir kennen fast keine Map. Also das ist jetzt glaube ich die vierte Runde, die ich spiele. Und mehr Maps kenne ich auch nicht und es war immer eine andere. Ja, wer das Spielprinzip nicht kennt, der sollte sich schämen, weil dann kennt er Trouble in Terrorist Town nicht. Was eigentlich ganz cool ist. Mir fehlt noch ein Steinschwert, aber sonst habe ich alles. So, dann schauen wir gleich mal was ich bin. Hoffentlich nicht wieder Mafiosi. Das wäre richtig ranzig. Ja ich habe jemalsmal ein Schwert bekommen. Oh nööööö. Bin schon wieder Mafiosi! Komm her ich töte ich! Was bist du? Nee nee nee. Und was denn wohl! Wieder meiner? Geenauuu! Na dann. Nein, du hast ein Steinschwert, das gibst du mir jetzt mal. Der haut ab, der haut ab!! Wer haut ab? viele. Den Typ, den ich gerade geschlagen habe. Meine Güte, hier ist ein Detektiv, den können wir jetzt mal schön wegbashen. Ja, Detektiv. Das denn. Also Kommissar. Alter, meine Leute laufen die ganze Zeit vor mich, wenn ich schieße. Oh man, wir lassen die gerade alle wieder gehen. Den einen habe ich angeschlagen, der rennt weg, der Detektiv rennt gerade weg. Komm, oh endlich, habe ich einen. Yay. Oh, ich habe ein Steinschwert, super. Uh, ähm, ja. Irgendwas wollte ich sagen, ich habe es vergessen. Oh, oh, ich sollte umdrehen, da ist der Tester. Ich gehe so auf der Brücke. Geh doch mal rein. Oh, da ploppen welche auf. Oh, es werden immer mehr. Ja. Uh, da hat er gerade dann eine Bombe reingeworfen. Haha, der ist durch Fallschaden gestorben. Ja? Haha, so ein Trottel. Ich habe ihn in die Pyramide über dem Tester runtergeboxt. So, noch einer tot. Sag mal, wo seid denn ihr? Beim Tester. Ich bin gerade bei irgendeiner scheiß Pilzwelt. Das Ding ist ein bisschen woanders, glaube ich. Hm. So, mal schauen. Wo ist denn der Detektiv? Also ich war eben, dieser Detektiv checkt auch nichts, ne? Der rennt die ganze Zeit einfach vorbei. Tja, was willst du davon erwarten? Hier sind zwei. Ja. Stürzt du? Ne, ich bin noch. Der Detektiv ist auch noch nicht tot. Cool. Da kommt er. Da kommt er. Den kriege ich. Ja, Mann. Ja. Du warst der Letzte. Fick dich. Du warst der Letzte, Mann. Ja. Yay. Ich war bei irgendeinem scheiß Klohäuschen auf einer Insel. Ne, warte, hier lebt noch einer. Hä? Achso, der hat einen normalen Namen. Ach, der ist bei mir. Warum hat der einen normalen Namen? Na ja, auf jeden Fall, wir haben wieder gewonnen. Geil. Aber ich will nicht immer scheiß Mafiosi sein. Ist zwar lustig, aber ich will jetzt auch mal meiner spielen. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich bin nicht mehr sichtbar. Aha. Na ja, auf jeden Fall, das war es dann mit dieser Folge. Die war auch wieder lustig. Aber irgendwie. Ja, ich will als nächstes jetzt mal meiner spielen. Vielleicht wirst du mal Mafiosi. Das wäre cool. Ja, wäre cool. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.